Hier sieht man die Villa mit Meerblick. Das ist vorne die erste Villa. Hier im Tui-Kaderuch ist das mit Villa Meerblick beschrieben. Das ist quasi die Kingsby. Die geht hier einmal komplett rum. Das wird jetzt im Wartegarten mit der Tui-Kohlen drin. Und insgesamt 130 Quadratmeter ungefähr. Krüfte schon mal.